Moin! Ja, so, heute, ähm, halbes Schwert. Ähm, ist mega das lustige Game, aber, ähm, seht es selbst, das ist absolutes Gemetzel. Viel Spaß damit. So, Half-Sword. Warning, the following game contains the following contains. Click to skip. Ja, dann lassen wir mal reingehen, ähm, Half-Sword. Ein halbes Schwert. Ich hab noch keine Ahnung, es geht, glaub ich, eigentlich nur darum, sich gottlos auseinander zu prügeln. Kann man hier auch noch die Kerze nehmen? So ist es schon sehr wieder. Oh ja, man kann den nehmen. Ah, okay, ich check's. Ja, das ist, äh, linke Hand aufnehmen, kuhrechte Hand aufnehmen. Woow, 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 woow! Woow, woow, woow! Hier wird keine Gnade erbellt. Ich will das auch aufnehmen! Ich will das aufnehmen! Dass er das mit dem aufnehmen ist noch ein bisschen scheiße. Dass er das nicht aufnimmt. Ich renne den um. Ja, nimm das los nicht auf. Du brauchst es nicht aufnehmen. Jetzt hat er es wieder weggeworfen. Okay. Auch nicht schlecht. Mein Boy, mein Boy ist, äh, nicht mehr in der Lage, irgendwas... Okay, jetzt habe ich ihn. So, Chris Kerzensterne an die... Muschel! Ja, das habe ich auch schon raus. Das Spiel ist so dumm, Lukas! Warum... Warum habe ich eigentlich keine Hose an? Komm du mir her, du! Gib mir meine Paddel wieder! Wie wäre das Ding? Junge, ich sitze auf dem drauf! Was haben wir hier noch? Korb wäre das Game Runner. Ja, safe! Würde ich auch sagen! Ich sitze fest in seinem Kopf! Kann ich den auch noch aufnehmen? Beides gleichzeitig! Jawoll! Jetzt geht's ab! Multiplayer gegen Randoms! Das wäre richtig lustig! Ah! Nimm das weg! Nimm nur die Axt! Achso! Hm! Ja! Man muss sich da echt reinfuchsen! Das ist ein bisschen... Wo ist jetzt das Ding geblieben? Geh mir das her! Es steckt in ihm! Ich habe ihn in der Hand! Ich habe ihn in der Hand! Ah! Wieso? Wieso? Wo habe ich denn... Wieso? Wie habe ich das... Die Axt denn jetzt weggelegt? Wie habe ich das denn gemacht? Warte! Jetzt muss ich mal gucken! Wie habe ich das denn gemacht? Was ist denn F? Ach! Jetzt macht er ein Foto! Das will ich auch nicht! Ach! Das musst du rechtsklick halten! Ah! Okay! Gedrückt halten! Ja! Und das ist ein bisschen... Ich will das aber in die Axt! Die andere Hand machen! Ne doch nicht! Das ist ja richtig dumm! Ich will die Axt! Die Axt gefällt mir am besten! So, ich brauche noch ein Stück Fleisch! Junge, das ist doch nicht erlaubt hier, oder? Junge, das ist doch nicht erlaubt! Boah! Jetzt habe ich die Moves hier! Das ist nicht erlaubt hier! Warte mal! So, wo kommt einer? Oh Gott! Ah! Nicht mit mir, du Fickenhaul! Ah! 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 ist ja das ist ja richtig dumm was haben wir dahinten für lichter das ist die planke hier will ich nicht ich habe keinen ich habe nichts zum anziehen vor dem fall in die fresse kann ich mir auch irgendwie seine klamotten snacken schade hier sind schuhe er kann das nicht greifen ich kann das nicht begreifen das ist das fünf fingerspiel was hatte er doch nachts aber nicht so eine coole wie ich habe die wohl fünf bosse wo alles klar die sollen wir wohl erledigen du bleibst doch liegen der ging voll in den arm er hatte auch nichts besonderes ich habe einfach keine klamotten reden wir einfach nackt durch die gegend alte schlager direkt wer will mich holen okay so ist so das ist vielleicht ein bisschen effektiver als dieser hier bei dieser ist so schwer zu kontrollieren der ist echt schwer zu kontrollieren der schlag und was haben wir hier in dieser truhe schuhe ich habe doch schon schuhe an jetzt nichts anderes außer schuhe ich habe meine axt verloren nein ja nee das war dumm das war richtig dumm das war dumm das war extrem dumm das war richtig dumm wo wache ich denn auch immer aus wenn ich einen boss geschafft oh guck mal hier guck mal hier die ja 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 ich habe okay das ist der und das ist der ja hier ist auch irgendwas mit licht oh es hakelt es tut mir leid das war dumm das war dumm das war dumm mit dem schild ich dachte man könnte das schild kontrollieren aber das war ja richtig dumm ich bin immer für zwei ich glaube zwei händige waffe ich glaube das am besten ich finde schuhe super ja ist so ich glaube ich bin nicht so der da hat man die game physics noch nicht so drauf wie mir das messer herr du spinner dass du immer noch nicht genug hast genau drop wenn du in das messer findet das messer nicht nehmt bitte eben das messer muss ich mich da jetzt für bücken oder was findet das messer nicht ja wie soll ich das messer nehmen wir das nicht nimmt er ist noch nicht tot deswegen so schädige platz was können wir damit gehen machen jetzt sind wir den körper jetzt habe ich hier was ganz anderes in der hand geht doch komm ich nehme nur das messer ne das ist nur ne axt ich ruhe im wischen ich ruhe im wischen ich ruhe im wischen nimm nimm äh sein messer in obhand ja in beide hände meinst du ne ich wüsse nur nicht wo er sein Messer hat. Aber das muss hier irgendwo liegen. Ah, das ist weg. Da. Glaub ich. Das war was anderes. Das war ein Spachtel. Oh, hier. Oh, man hat auch, das kostet auch Energie. So, wo ist dein Messer? Er hat ein Messer. Oh, hier eine Sichel. Er soll mich holen. Loll, jetzt mache ich das hier. Oh, hier. Ey, ist der tot? Das sind noch nicht genug, oder was? So, der Sichel wäre geil. Die Mucke, ich feiere ja die Mucke. Deswegen mache ich die Witche auch so gerne. Was ist hier drin? Hey. Ich wollte nichts machen. Du musst. Okay, wenn die dramatische Musik aufhört. Sehr gut, weiß ich Bescheid. Ich kann gewusst, was hier drin ist, aber... Den Boss, den nehme ich so mit. Der soll ruhig kommen. Den nehme ich so auseinander. Ich habe nur Schuhe an. Jetzt kommt der. Meinst du? Da kommt jetzt der Boss. Frag mich, wo er ist. Scheiße. Der hat mich ja richtig schnell genopft. Hab ich. Ich bin auf ihn zugesprintet. Aber es war dumm. Ah. Kinder, 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 Kinder. Wow. Ich kriege Klamotten. Ah, ich bin halt... Mega... Anfällig, wenn... Weg. Weiter. Ja, das ist so... Messerfleisch. Oh, was hatte er denn? Oh, er hatte mich mit irgendwas festgesetzt. Er hatte mich mit irgendwas festgesetzt. Ich nehme die Lampe. Ich brauche nichts anderes. Ich habe ein paar Nierenschläge. Ich habe ein paar Nierenschläge. weiter aber doch mal nix. Oh da war was drin. Oh noch eine andere Hose. Oh da habe ich richtig Glück gehabt. Der hatte zwei Messer gehabt. Junge den habe ich alles rausgerissen. Junge wie Glück ich da gehabt habe. Ich kann das zweite Messer nicht picken. Was schade ist. Muss ich versuchen seins aufzupicken. Da. Aber jetzt. Mokka denkt sich, was spielen wir hier? Können die Agility nutzen. Ja ist so. Wann los kleiner? Wann los kleiner? Wann los? Mein zweites Messer ist weg. Scheiße mein zweites Messer ist weg. Oder wie hast du den irgendwas falsches gedrückt? Wo ist mein Messer? Scheiße mein zweites Messer ist weg. Scheiße. Egal. Ich hole mir gleich eins wieder. Oh der war geil, wa? Das kommt schon mal, wenn man beim Hit B.A. ist so. Und ich weiß wo der Gegner ist. Oh Gott, ich bin auf die Schnauhe gefallen. Ich bin tot. Selbstmord. Ich hab kein Knickbruch. Ich hab kein Knickbruch. Ich kann nichts mehr machen. Ich bin tot. Guck. Ich bin tot. Ich bin tot. Wie kann ich denn wieder aufstehen? Ah ok. Nach hinten. Nach hinten. Ah. Nach hinten. Geil. 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 Oh, habe ich richtig Glück gehabt. Sie ziehen. Oh, den nehme ich in die zweite Hand. Oh, scheiße. Wo ist das Ding hingeflogen? Das ist voll weggeflogen. Oh, wieso wackelt das so? Oh, hier ist noch ein anderes Messer. Gott sei Dank. Ja, aufgenommen. Warum schläfst du? Hitachi. Hideki. Hideki Yuga. Vom Yuga-Clan. Tohle, ich habe den Bossy. Oh, ich habe den Bossy. Ich will aber seine Sicheln haben. Hä? Komm her! Steh auf! Die Sensen sind aber heftig, ne? Nein, nein, nein. Die Sicheln hier, die er hat, die will ich haben. Da. Oh, 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 oh. Boah. Boah, Comeback des Jahres. Hä? Lächerlich. Oh, noch einer! Scheiße! Scheiße!